long track freunde lang bahn rennen ist noch lange nicht tot wie diese wunderbaren bilder zeigen so dass der letzte habe kern hier war ja eine feine veranstaltung heute wurde ja auch alles besprochen und natürlich auch ein neuer schatzmeister ja eigentlich immer der wichtigste und jetzt blättern wir noch ein wenig im alben hier die rennen in den 60er jahren schon ganz groß angekündigt und natürlich auch schon die weltmeister waren hier am start immer wieder schön zu beobachten beispielsweise hier ivan major der erfolgreichste spielfahrer aller zeiten don wincent gotten der auch mit seinen gotten motoren viele jahre ganz große erfolge schenk ihr mir alle noch mal ein lächeln und jetzt keine weiteren privaten gespräche mehr wir haben eine erfolgreiche veranstaltung heute hinter uns gebracht jahres hauptversammlung schiesel leider wurde ich nicht als schatzmeister gewählt aber nichtsdestotrotz wir greifen noch mal an 2023 oder nicht